Hallo Leute und willkommen zurück, ich bin's wie mal euer Jan und ja, ich bin ein kleines bisschen genervt, weil das Spielwerk schon wieder zweimal abgekackt ist, als ich aufnehmen wollte. Moment, Zeit gucken. Okay. Ich bin echt glücklich, dass es so viel Spaß macht, weil sonst hätte ich jetzt schon gar nicht Bock mehr. Okay. Ja, ich nehme jetzt direkt wieder. Ich weiß nicht, was das gerade war, aber okay. Ich nehme jetzt direkt noch, nachdem ich gerade aufgenommen habe, weil wie gesagt, das Spielwerk richtig verhandelt hat. Ich habe so lange keinen Zweck mehr gezackt und die Day und die Levels von Sonic Unleashed sind ja ziemlich lustig. Und dann dachte ich mir nicht einfach weiter auf. Das hat echt Glück, dass es so viel Spaß macht, das Spielwerk jetzt hätte ich echt keinen Bock mehr. Das ist zweimal abgekackt. Aber gut, Gott sei Dank, ich werde einfach weiter spielen. Und was ich gerade schon gesagt habe in der Fail-Aufnahme, könnt ihr mir ja mal schreiben, wie ihr solche Spiele findet. Also überhaupt erstmal Sonic oder... Was habe ich den Pferd schon wieder gemacht? Den habe ich gerade schon gemacht, anstatt da hochzuspringen. Also erstmal überhaupt Sonic-Spiele. Zum Beispiel Sonic Generations, weil manche Spiele sind ja auch... Ich finde zumindest manche ziemlich scheiße von Sonic. Und sonst noch überhaupt so Runner-Games, weil zum Beispiel... Das mag ich einfach nur. Das finde ich richtig geil an Sonic. Wenn man so Level, dass man einfach durchrennen kann, ohne irgendwelche langen Sprungpassagen oder sonst was. Einfach durchrennen. Das macht mir richtig Spaß. Das macht mir am meisten Spaß an dem Game. Zeig mir immer, was ich machen muss. Ey, ist ja langweilig, oder? Oh Mann. Guck mal, guckt ihr an, wie OP Sonic ist. Auf so einer... Ey. Ich weiß nicht, wie OP er ist, wenn er hinterher geht. Guck mal, der fehlt das so in der Höhe und überlebt das einfach. Ey. Das ist Super Sonic. Gibt's auch. Super. Wirklich. Haha. Das ist der Golden Sonic. Der heißt doch eigentlich Super Sonic, oder? Ähm. Ja. Und der rammt einfach mal alle so um. Alle Gegner. Nein, jetzt! Den habe ich gerade schon gemacht. Okay, da brauchen wir diesmal nicht gemacht. Oh Mann. Egal. Boah. Komm. Schuh. Oh. Na, mir geht auch schon mal nicht gerade. Okay. Warum nicht, ne? Nein. Jetzt habe ich das gefällt. Gerade habe ich das geschafft. Egal. So bin ich vielleicht sogar schneller. Oh, jetzt werde ich das aber nicht fehlen. Ha. Guckt es euch an. Ich bin Pro, oder? Nein. Okay, aber auch nicht. BAMSIE UM! Boah. Habt ihr gesehen, wie ich den weggefetzt hab, ey? Bomben. Bomben. Juii. Oh Mann. Äh. Wie schnell. Tchuu. Tchuu. Nein. Ha. Hala. Der Tiger hat auch schon gefällt. Ich bin jetzt die ganzen Warte schon wieder, ey. Nein, ich werde euch deutlich dran. Oh Mann. Bitz. Okay, das habe ich mir jetzt noch nicht mehr gesehen. Oh ja. Oh. Schon wieder. Leih. Ich sehe nichts. Äh. Ja, ich sehe nichts. Gut. Bin noch rausgekommen. Ah. Zwei auf einen. Aua. Streif. Oh Mann. Oui. Ich weiß gar nicht, ob ich da zu weit gekommen bin. Ich glaube, dass das Spiel schon freiwillig kann. Ja, da bin ich. Nein, nein, Sonic. Ah gut, können wir auch weiter. Oh Mann. Das Spiel macht so Spaß. Ich liebe Sonic. Zumindest die Level-Wohnen wirklich so ran. Das mag ich natürlich teilweise in Schillen auch nicht. Aber man. Teilweise, dass man gar nicht so viel ran ist wie... Aua. Man, normal wäre Sonic-Ranz. Okay, nochmal Sonic. Diesmal schaffen wir das. Okay? Okay. Erstmal, dass ich nicht hochkomme. Ach so. Nein! Nein! Hanna! 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 Scheiße. Äh. Ich warte mich gerade, ob ich zu dumm dafür bin, oder? Nein! Okay, das war jetzt echt fällig von mir. Das weiß ich, dass das jetzt von mir war. Jetzt komm schnell runter. Ich will jetzt wieder hoch. Mann ey. Was? Das war ja jetzt nicht an mir. Das lag jetzt an Sonic. 100 Pro. Ja. Ja, ich hab's geschafft. Wow. Oh. Okay. Los, Sonic. Ui. Einmal looping um die Uhr. Äh. Oh man, das war jetzt nicht geschafft. Yay. Full speed runter. Wuii. Wuii. Gib Gas, Sonic. Wobbom, wobbom, wobbom. Einfach alle weglauern. Oh, schau sie alle kaputt, Sonic. Was? Oh, ich muss da lang. Hä? Ne, das Zielerfrau, das will ich auch gucken, wie wenn da fliegt, ey. Wow. So, ich muss... Äh, hä? Ich muss doch... Ja, toll. Ich seh auch nicht mal, wo ich hin muss. Und dann ramme ich mich noch. Ja. Äh, beziehungsweise wenn ich Speedcap, dann ramme ich die. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Ja, wer fängt an von euch? Nein. Ich war doch richtig. Ach, leuch. Ich bin trotzdem ausgerichtet. Okay. Alter. Alter. Ich glaube, ich treffe mich nicht mal, wenn ich hier drauf bin. Okay. Warum nicht? So. Schießt er mir vorbei? Fnicht gut. Bomm. 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 Er war halt kaputt am Bomm. 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 Aua. Ich werde mich dann nochmal treffen lassen, ganz am Ende. Egal. Und das ist das Ziel. Hui. Geschafft. Sechs Minuten, okay. Fünf Minuten. Joa, C. Wie gesagt, ich spiele ja nicht auf jeden Rang. So. Ja, komm. Ein Level mache ich noch. Rooftop. Run. So. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das wird sogar nur das Let's Play. We'll CD him. Notify us at ventus at gmail.com. Only your photos will help us find him. Ah, okay. Oh, warte mal. Charakter wechseln. Doch, warte. Jetzt gleich wird das angezeigt. Charakter wechseln. Your next board axe remains with Sonic with you to beat it. Okay, ich kann hier anscheinend nicht zum anderen Sonic wechseln. Ich habe das gerade gesehen, aber wahrscheinlich haben die das einfach nicht rausgenommen. Ne, kann ich nicht wechseln, okay. Anmal ich die Level nur mit diesem Sonic, ist ja eigentlich eine Idee. Auch, glaube ich, eben auch seine Garniche nur mit dem Sonic. The lightspeed dash is featured in the next deck. Would you like to see your tutorial? Yes. Achso, das. Ja, das kenne ich ja schon. Boah. Ich glaube, diese Zeichen ist, weil ich jetzt was umgestellt hatte bei dem Launcher für den Mod. Ich glaube, das ist Launcher oder Konfigur oder Programm oder keine Ahnung. Weil da stand, dass das dann vielleicht nicht abkackt, das Spiel und deswegen habe ich es umgestellt. Aber ich schätze, meine, ich zeige mir jetzt auch nicht so, dass es ja nur kurz gar nicht das Spiel dadurch abkackt. Aua. Aua. Bumm. Oh, daneben. Fail. Nein. Oh, Mann. Ey, ich habe doch Full Speedo gegeben. Ah, jetzt ist das fertig. In der Normalenzeit hätte ich das nicht gut gemacht, aber wahrscheinlich, weil ich das nicht mehr abkackt bin. Und ich habe keine Münzen mehr, das heißt, noch einmal und ich sterbe. Ich? Ich bin doch... Hä? Egal, nochmal. Ich bin aber... Das war eigentlich mit Full Speed gegen den Geraden, aber... Ja, ist zu stark für mich. Juuu. Ich habe Full Speedo. Uuuu. Oh, Mann, ich sterbe wieder, ey. Ich bin doch fail. Okay, das wird nicht gut von mir. Ja, bum bum bum. Nicht gegen eine Wandrennen von Nick. Ja, nein. Ich habe 100% Option gedrückt. Ich glaube, mein Option ist kaputt. Ich bin doch halt mein Dreieck. Weil ich habe 100% Option gedrückt. Äh, Dreieck. Äh, es könnte höchstens sein, dass er jetzt wirklich kaputt ist. Das wäre aber irgendwie komisch. Das müsste ich dann im normalen Let's Play sehen. Und das heißt, ich werde jetzt nur mit ihm die D-Level machen. What the fuck? Ah, oder ne, ich werde, glaube ich, einfach gleich schon mal, je nach diesem Partner auch ausprobieren. Ob ich im normalen Sonic Generations, äh, wechseln kann zwischen dem Sonic. Und dann werde ich ja sehen, weil vielleicht ist ja meine Y-Taste kaputt. Und das heißt, ich, äh, kann hier wohl Charakter wechseln. Oder muss ich dann meinen PS3-Controller dafür nehmen. Werde ich denn jetzt sehen. Du hast keine Chance mit deinem Schwert. Oh, hier werde ich jetzt nicht mit Full Speed, weil sonst sterbe ich. Was weiß ich, jetzt schon. Nein, ich logge jetzt so rum, weil ich nicht da rein kommen möchte. Nein! Boah! Tu Gott. Äh. Rein da. Auf da. Nicht rein da. Tschuuu. Ne. Pass auf, Sonic. Nicht in den Stacheln. Oh, Mann. Ich will meine Backsave. Voll gut, wa? Ja, Sonic kann schnell über das Wasser rennen. Das ist auch cool. Wow. Nein, Sonic, pass auf. Du musst. Sonic! Sonic. Leute. Das Vieh schießt einfach weg. Leute. Sonic. Du. Du quiddink. Du. Was? Was? E-T-F. Sonic. Oh, gut. Ich dachte, er hätte schon jetzt zu Ende. So, Sonic. Wow. Das kann natürlich auch sein, dass irgendwas mit dem Mod falsch gemacht hat, weil das hier, dass es noch nicht die vollständige Version ist, dass es hier einen Bug hat. Also meine Drei-Eck-Taste nicht benutzen kann. Das kann auch sein, weil das irgendwie nicht mehr zugewiesen ist. Aber guck mal, ich kann das nicht drücken. Doch, jetzt kann ich es drücken. Okay. Das heißt, die sind nicht kaputt und ich kann den Charakter nicht wegziehen. Dann brauche ich sie jetzt auch gar nicht mehr testen. Na, ich habe einfach bei den anderen Mal gefehlt. Das ist zumindest gut zu wissen. Also, das heißt, es wird mir nur mit diesem Sonic gespielt. Nicht mit dem halt, dass wir nur in einem normalen Display kommen. Ha! Und wieder ein Drache! Der hat mich ausgeschüttet. Nein! Nein! Das ist der Hase-Saha. Das habe ich den damit kaputt gemacht. Und ich wollte zu dem springen eigentlich. Ich war in T-Yoko. Aua. Aua. Boah, scheiße. Ich sehe nichts. Oh, Junge. Äh. Ach so, ich muss... ...dur zu dem. Muss ich hier rüber. Und jetzt da hoch wahrscheinlich. Das nächste Leben ruhig ich mir jetzt nicht, weil... ... mir scheißegal, so viele Leben ich habe. Lang ich. So muss ich wieder von Anfang an. Weil ich wieder Kopfkopf gehe. Jetzt. Jetzt fängt er mich jetzt zu am Arsch. Ich nehme Kart auf. Ich kann jetzt gerade gar nicht zuschreiben, weil ich mein Gamepad in der Hand. Ah, warte, kurz Pause. Ich nehme. Rade auf den Reich. Fertig. So. Nein! Ja, ich wollte mit dem gleich eine Runde Leute sagen, aber die werde ich nicht aufnehmen, weil ich jetzt gerade einen Locker aufzunehmen. Nein! Ich habe... Boah. Tu Gott! Tu Gott! Ah, geschafft. Juuuuh. Oh, eine Rakete. Das hatte ich auch noch nicht, was da nicht gesehen habe ich. War zunächst nicht so eine Rakete. Letztes Jahr hatte ich sie nicht. Oh. Klar, es ist besser, ich habe so Rack hier immer noch nicht verloren ist. Ich dachte... Das ist ja jetzt unfair, ne? Alter, ich will jetzt nicht wieder verrechnen. Am Arsch. Am Arsch. Am Arsch. Nein, der hat genau dann so ein Schild, oder was das ist, gemacht. Oh Mann. Ich hoffe, er hat jetzt gerade runterfliegt. Ja, gut. Am Einsam hin. Nein, ich wollte doch gar nicht gegen ihn springen. Ja, geschafft. Nein, ich will jetzt nicht mit Full Speed. Nein! Nein! Aber ich kann nie damit kaputt machen, sonst musst du ihn nicht machen. Ich sehe nichts. Unfair. Ich habe nichts gesehen. Nein. Und geschafft. Yay. Sechs Minuten dafür gebraucht, ey. Ich will mir gar nicht wissen, wie man das schaffen muss, wenn man da ein S rankriegt, ey. Boah, heilige Schitte. Gut. Dragon Road. Ja, nächstes Level geschafft. Und das war es dann auch wieder für diesen Part. Ne? Ja, das ist wahrscheinlich ein Tipp. Nein, das war wahrscheinlich ins Englisch übersetzt. Weil beim Normalen kann man ja wegschnieren hier nicht. Und ja. Das war es dann wieder für den Part. Und ich sage es wie immer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.